Hallo, in diesem Video werden wir über eine so wichtige Komponente der Volumenanalyse wie die Hidden Trades sprechen. Die Idee ist in der Regel eine großvolumige, außerbörsliche Auktion zu realisieren, die das tatsächliche Volumen des Trades im Stapel verbirgt und nicht die Aufmerksamkeit der Menge auf sich zieht. Und die Vollfix-Plattform ermöglicht es, diese Trades zu verfolgen und für Analysen zu nutzen. Das Problem ist, dass die CME-Börse die Preise der versteckten Trades nicht veröffentlicht, sondern nur ihr Volumen und ihre Zeit, sodass wir sie nicht auf dem Clusterchart filtern können, sondern nur über das untere Histogramm. Im Menü Setup – Limit – Hidden Volume. Gleichzeitig veröffentlichen die NYSE und Nasdaq-Börsen, an denen Index-Ads auf den S&P 500 und den NQ gehandelt werden, die Preise der offenen Trades und die ETFs wiederholen vollständig die Dynamik der S&P und NQ Futures Bewegungen, werden aber wie normale Aktien gehandelt. Durch die gleichzeitige Analyse von ETF und Futures erhalten wir zusätzliche Informationen, die den meisten Marktteilnehmern nicht zur Verfügung stehen. Mehr darüber, was ETFs sind und wie sie im Futures-Handel eingesetzt werden können, erfahren Sie in dem Video unter dem Link in der Beschreibung. So ist SPY ein ETF auf den S&P 500 Index und QQQ oder QQQ ist ein ETF auf den Nasdaq-Index. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass wir bei ETFs Limits für den Clusterchart separat für Hidden Trades einrichten können, während dies bei der CME-Börse nicht möglich ist. Und wir haben bereits das Limit für versteckte Tics eingestellt und es wird auf dem Chart in rosa Farbe angezeigt. Und das versteckte Volumen wird über die Schaltfläche Hidden Tics im Kontrollpanel aktiviert. Wie die Praxis zeigt, erfolgt die Preisbildung genau auf ETFs, das heißt auf SPY, wenn wir den S&P 500 Index nehmen. Daher ist es sinnvoll, genau den ETF zu analysieren und ihm den Vorzug zu geben. Wie wir aus dem unteren Histogramm ersehen können, gibt es viel mehr verstecktes Volumen als üblich. Dies ist die Information, die echte Vorteile auf dem Markt bringt, wenn wir mit Futures handeln und ETFs auf den Index analysieren. Oben habe ich also die S&P 500 Futures und den ETF SPY. Unten die NQ Futures und den ETF QQQ. Nehmen wir das Beispiel der letzten Woche, um zu sehen, wie sich das versteckte Volumen des SPY auswirkt und ob es uns wichtige Informationen liefert. Und um es gleich vorwegzunehmen. Wir werden in diesem Video nicht über Strategien für verstecktes Volumen, Einstiegspunkte und ähnliche Dinge sprechen. Der Zweck dieses Videos ist es, zu zeigen, dass verstecktes Volumen wichtig ist, dass es den Markt beeinflusst und warum es passiert. Und wir werden in den nächsten Videos über mögliche Strategien und Einstiegspunkte diskutieren. Sonntag öffnen wir den SPY-Chart von letzter Woche. Schauen wir uns an, was uns die Hidden Trades letzte Woche gebracht haben. Bitte beachten Sie, dass wir sie in rosa Farbe dargestellt haben. Beobachtungen zufolge tritt verstecktes Volumen häufig bei lokalen Extremen und insbesondere bei der Markteröffnung auf. Wir sehen, dass das versteckte Volumen bei der Markteröffnung ein rosa Cluster ist. Von diesem Punkt aus haben wir eine Bewegung nach oben gemacht. Und von diesem Punkt aus haben wir dieses Ziel zweimal auf Short gearbeitet. Und ein weiterer wichtiger Punkt. Verstecktes Volumen kann zu jedem Preis passieren. Das bedeutet, dass zwei Marktteilnehmer einen Trade zu einem vereinbarten Preis abgeschlossen haben. Und ein solches Hidden Trade kann überall auf dem Chart zu sehen sein. Nun, für uns selbst können wir dieses Level als ein Level markieren, das für großes Kapital interessant ist. Dann sehen wir wieder das verborgene Volumen zu diesem Preis und das sagt uns, dass dieses Level beachtet werden sollte. Als nächstes, bevor der Markt schloss, durchbrach der Kurs diese Marke nach oben und testete sie erneut. Auch hier brach das verborgene Volumen aus. Und von dieser Zone aus ging es nach oben und gab eine kleine Bewegung bei Marktschluss. Und anschließend hatten wir wieder ein verstecktes Volumen bei Börsenschluss und im nachbörslichen Markt. Und wir gehen zur nächsten Session über. Wir sehen, dass das Hidden Volume bereits in der Nähe dieses wichtigen Preises liegt. Und im Moment hatten wir wieder verstecktes Volumen in der Nähe des Extremums und danach ging es direkt nach unten. Wir sehen das verborgene Volumen bei der Konsolidierung, die zunächst auf Short lief. Und dann haben wir sie bereits auf Long gewonnen. Beachten Sie, wie eng und lang die Konsolidierung in genau diesem Bereich war. Dann gab es eine ziemlich gute Bewegung nach oben und es wurde auch versucht, die versteckten Volumen hier zu halten. Es gab ein Hidden Volume ehe verstecktes Volumen am lokalen Extremum beim Pullback, an diesem Punkt, plus ein großes Volumen hier. Das übliche Standardvolumen und wieder beim Schlusskurs von diesem Punkt aus wie auch bei der vorherigen Sitzung gingen wir nach oben, aber gaben eine viel bedeutendere Bewegung. Und beachten Sie, wie viel Volumen zum Preis von 420,2 gehandelt wurde. Höchstwahrscheinlich ist dieser Preis für großes Kapital interessant und es wird dort etwas Interessantes passieren. Merken wir uns diesen Preis und schauen wir, was wir in der nächsten Sitzung hatten. Nochmals, das Hidden Volume ehe bei der Eröffnung. Von dort aus geht es abwärts. Dann verstecktes Volumen auf dem Pullback, wieder ein lokales Extremum. Und von hier aus geht es nach oben. Welche Schlussfolgerung lässt sich also aus den beiden Sitzungen ziehen? Nachdem das versteckte Volumen ausgeschaltet wurde, dreht der Markt nicht immer, aber oft in die entgegengesetzte Richtung. Und dann testen wir erneut das Level, das wir auf dem Hidden Volume der vorherigen Sitzung gebildet haben. Wir sehen, dass der Markt versucht hat, es zu halten. Wir sehen normales Volumen, aber der Preis durchbricht das Niveau und steht für einige Minuten über diesem Niveau. Und wir erhalten Volumen, das bereits über diesem Niveau liegt. Normales Volumen. Und höchstwahrscheinlich gab es eine gute, ruhige Konsolidierung und einen Einstiegspunkt auf dem Minutenchart oder auf dem Tickchart. Und dann die stärkste Bewegung von diesem Punkt aus. Hätten wir den SPY-Chart nicht, hätten wir diesem Kurs nie Beachtung geschenkt. Das ist genau das, was uns das versteckte Volumen bietet. Es ist ein Versuch, hinter die Kulissen zu blicken. Das ist ein wirklich großer Vorteil beim Handel. Als nächstes gehen wir den gleichen Weg, es ist Freitag. Volumen wieder bei der Markteröffnung. Ungefähr ab diesem Punkt ging es dann nach oben. Volumen beim Pullback, wieder lokales Extremum post factum. Hidden Volume auf den Höchstständen der Session und ein Versuch sie zu halten. Dann ein Pullback und wieder verstecktes Volumen am lokalen Extremum, am lokalen Tief. Und wie in den vorangegangenen Sitzungen, nach diesem versteckten Volumen geben wir eine gute Bewegung zu schließen. Dies war das 3-mal in Folge in dieser Woche, dass wir beim Schlusskurs der Korrektur das versteckte Volumen ausschalten und uns nach oben bewegen. Das ist das Muster. Und die heutige Session. Sie können dieses Preislevel sofort erkennen. Wir können sehen, wie viel verstecktes Volumen gehandelt wurde. Und von diesem Punkt aus hatten wir eine starke Aufwärtsbewegung von fast einem halben Prozent. Wir sehen auch das versteckte Volumen zu diesem Preis und dann eine Spiegelung dieses Volumens. Und ein weiteres Spiegelbild des versteckten Volumens ist am lokalen Extremum bei der Konsolidierung zu sehen. Beachten Sie auch, dass in VOLFIX ein Histogramm vorhanden ist, das sich ausschließlich auf das versteckte Volumen bezieht. Gehen Sie zu den Histogrammeinstellungen Setup Studis Horizontal Histogramm. Im Feld Type wählen Sie Hidden Ticks Versteckte Trades. Färben wir es rosa. Und wir können das seitliche Histogramm sehen, das ausschließlich auf versteckten Trades basiert. Und wir können bereits mit Zuversicht sagen, dass dieser Preis einer der Schlüsselpreise im Moment ist. Und wenn wir beim Rätest hierher zurückkommen, können wir von hier aus sicher nach einem Einstiegspunkt in den unteren Zeitrahmen suchen. Und wenn wir das Chart erweitern, können wir sehen, wie viel mehr verstecktes Volumen gehandelt wird als bei regulärem Volumen. Wir können sehen, dass das maximale Volumen bei versteckten Ticks 22 Millionen Aktien beträgt. Beim normalen Volumen sind es hingegen nur 342.000. Durch die gleichzeitige Analyse von ETF und Futures haben wir also einen großen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern. Wir können die größten Trades sehen. Wir können sehen, zu welchem Preis sie stattgefunden haben. Und auf dieser Grundlage können wir Handelsentscheidungen treffen. Wenn Sie Fragen zu dieser Funktionalität haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support unter den in der Beschreibung angegebenen Kontakten. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag.